Die Aussage Die Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Ich habe eine Diskussion satt. Wenn ich mit einer Frau unterhalte, habe ich noch lange keinen Sex. Ich ertrag das nicht. Ich ertrag das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Verlaufen ab nochmal ab. Verpässt dich. Weißt du was? Du bist krank.